hallo stefan besten dank für dein fünftes giveaway hier zeige ich mal mein messer natürlich ein opinel das habe ich immer dabei in der hosentasche ganz ganz simples paracord dran das ist das opinel nummer acht carbonstahl und ich habe hier eine patina drauf gemacht mit weinessig oft gestrichen mehrfach und den holzgriff habe ich dann eben halt noch mal abgeschliffen und ein bisschen dunkler gemacht das gefällt mir besser ich mag dunkle klingen und der griff war mir auch ein bisschen zu hell von daher meinen namen habe ich noch eingefräst ja also das messer habe ich eigentlich immer an der gürtelschlaufe und man kann es als neck knife tragen oder wie gesagt an der gürtelschlaufe da ist es gleich so dass man das verlängern kann wenn man es dann benutzt wie das messer also gesagt das paracord nicht so weit raushängt kann man das wieder zusammenziehen oder wenn man es nutzt verlängern eine volle armlänge carbon hat natürlich den vorteil dass man damit auch noch feuer schlagen kann macht sich aber mit dem messer manchmal nicht so ganz so einfach aber also von der Sicht her ist es Carbon-Ubinell, natürlich mein Favorit. Es ist günstig, macht seine Arbeit gut, hat einen Holzgriff, das mag ich sehr an Messern und es ist schlicht und einfach und funktioniert ganz gut. Also dann Stefan, vielen Dank für dein Giv-Away und ein bisschen Glück gewinne ich ja vielleicht diesmal. Bis dann, ciao! Vielen Dank.